und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von monster hunter world ja ja wir machen jetzt weiter wir müssen jetzt einen kampf aufnehmen mit einem paluma oder paluma machen wir wir werden das sicher schaffen also nutzt man mal unseren gutschein gut wir brechen auf gut let's go palumu wir werden dich zerlegen aufhör noch was essen nehmen wir das lecker das sieht aus wie ein hühnchen mit beinen im kopf lecker nicht mal aufgegessen so gut was kriegen wir da was war das munition ja davon kraft beschichtung sollten wir öfter mitnehmen machen wir mehr schaden aber ich bin ja nicht so auf effizienz getrimmt so schön hier komm naja bleibt doch stehen hier sei gut ich habe ich das kriege ich pelz ja okay sieht hier schon ja es sieht hier einfach richtig schön aus kann man irgendwie die es hat ausschalten geht das hey stirb ich habe beide perfekt ich brauche so kepler hörner brauche man später sehr viele für gewisse tränke so haben wir gehen jetzt mal weiter das nehme ich noch mit ist hier noch irgendetwas was ich ah hier das feuerkraut okay ich bin gern oben auf aber hier ist nichts ja hm so gleich haben wir ihn früher bin ich hier immer runter gefallen ich wusste nicht wie ich hier rüber komme aber man muss einfach nur geradeaus gehen das war es ich dachte ich muss jetzt irgendwie noch springen oder so was fliegt hier so rum was ist da da Palomo er sieht uns Luna genau da ja siehst du ja spuckt ihn jetzt einfach ran Palomo das war richtig falsch okay auch aus also ihr eine �빈만 also los und alles leutt und einfach eben nest das habe co auch ich das Ah, das ist komplett blöd. Zwei mal, schön. Eieiei. Lol, das war jetzt schnell von dir. Ja, ich bin jetzt permanent nur ge... Hm? Ist hier nicht irgendwo so ein Betäubungsfrosch? Hier, komm her. Will dich betäuben, Junge. Habe ich ihn erwischt? Ja. So. Okay. Das macht halt gar keinen Schaden. So. Wo ist jetzt lang? Gute Frage. Frag jemand anderen. Ist noch hier? Nein. Ist genau hinter mir. Okay. Dann sagen wir dem Dude gleich mal Hallo. Mhm. Bisschen klettern. Schadet nichts. So. Der Palomo mit der fetten Fresse. Was nicht mal gelogen ist. Weil er kann sie fett machen. Oder aufgeplustern. Danke. Das mit den Steinen sollte ich eigentlich nicht machen. Das hier. Wow. Genau wo er mir angreifen wollte. Schön in die Fresse. Ah. Okay. Ackmarkuts. Nimm. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ja. Ja. Ich habe noch ziemliche Ausdauer Probleme. Autsch. Ja. Schön mit dem Zoom. Ja. Jetzt ging es. Das bringt bei ihm halt. Weil er erst mal so schnell ist. Nicht einmal einschaden. Ja. Das lasse ich ab sofort. So. Hier. Kleiner. Hier. Ist ja blind und hat mir trotzdem getroffen. Also so gezielt auf mich gegangen. Lol war das nice. Oh, jetzt kommt der Dude Der Dude auch noch Yo Leute Okay Ich sag bye Wir sehen uns das an Die kämpfen Seht euch dieses Naturschauspiel an Ui, den Kaugummi Oh, du armer Palumo Nein Hä, greift der mich an? Er greift mich an Ui Oh, der arme Da wird es gerade von dem anderen Vieh getötet Oh Uh Wo geht Palumo hin? Alter, der ist mir ein bisschen zu nah Okay Palumo haut ab, oder? Wo ist er hin? Er geht da runter Ciao, Junge Nein Ja, das funktioniert hier so nicht Äh Äh Palumo nicht hier? Habe ich mich getäuscht? Er geht da entlang Okay Zu seinem Schlafplatz geht er, glaube ich, gerade Ah Okay Okay, das war nicht so klug So Darüber geht das Äh Ich Lang her Hier rauf Ja Ja Ich bin richtig Ja Aber Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen gucken Hier zum Beispiel Ah Hier nehme ich mit Hier Nehme ich auch mit Und hier RC abbauen Sieht schon mal sehr gut aus Ist mir schon klar Wo ich lang muss Aber haben wir es eilig Palumo zu töten? Nein Nicht wirklich Er kommt schon früh genug dran Leute nicht hinschauen Ich seh das Ist die gute Luna Ne Oh, er schläft sogar Wir haben keine Bomben mehr, oder? Ja Mist Ja, riechst du das? Bisschen Drill am Grill Ja, okay Was nehmen wir? Das Okay Hm Hier so Okay Warum Wenn du das so willst Komm her Wo kommt er jetzt? Okay Okay So Jetzt Blended Hier aber mal So Hier Nein Ich bin Bewusstlos Äh Wo will er jetzt hin? Junge Was machst du hier draußen? Komm rein Wo ist es? Okay. Er hat, er war zu früh. Okay. Versteh ich. Komm her, Kleiner. Uh, damn it. War der schön, der Schuss. Ah, der letzte Schuss so rauf und... Ah, der war schön. Ich hätte ihn noch nicht so schwach eingeschätzt eigentlich. Aber war schon cool. Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ah, Honig habe ich jetzt genommen, oder? Nein. Ah, das ist die Frage, wo kriegen wir jetzt am schnellsten nach oben was her? Hier. Kraut. Bisschen Kraut. Hier irgendwo was. Ich habe alles vergessen, wo alles liegt. Ah, das ist ein Knochen. Das weiß ich jetzt. Ah, eine schöne Wurst. Die Katze hat eine schöne Wurst bekommen. Da hat er einen Schuss. Er so rauf. Ah, und ich. Ah. Ah, so gehört sich's. Ah, schön. Ah, ja. Das ist so ein schönes Bild. Ja. Haben wir gut gemacht, oder? Ah. Solltest du dich nicht etwas vorbereiten, bevor du uns Teil der Verwesung aufbrichst? Oh. Das ist Teil der Verwesung. Oh, es geht los. Oh, 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 oh. Das ist so cool. Das ist einfach so ein Schiff, ich. Hey. Da drüben. Was denkst du? Hm? Hm? Hm. Schöne Brille. Hm. Also schön. Also schön. Ja? Ja? Da. Schau mal. Da. Den. Einfach in die Schleuderei und Arme schön drauf. Ah, das ist so ein Vieh, was ich nicht mag. Das wird es erschweren, ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß was. Fang! Ja. Schön. Bam, bam. Ach, der Arme. Ist das der, der wir es davor getötet haben? Gelöst. Gelöst. Hahaha. Ja. Easy. Hey, Partnerin! Ja? Was gibt's? Hm. Okay. Wie mach ich das jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt noch dauert, aber okay. Was kommt hier jetzt eigentlich noch? Oh. Tal der Verwesung. Ja, das ist... Irgend... Obenrum ist irgendwie cool, aber ganz unten da, ich finde ich nicht cool. Sieht nicht schön aus. Ah, ja. Hm. Nehm ich mit. Wo gehen die Spuren lang? Oh. Wer da wohl ist? Der so viele Knochen hat, dass es hier auskackt. Der Bayblades. Wusch. Wusch. Der Junge ist präziser. Jo. Jo. Das ist so... Sei vorsichtig. Nichts kann uns aufhalten. Natürlich ist der Knochen im Weg. Ja, komm. Jetzt haut der Ball keine Knochen mehr. Jetzt bin ich aber selber schuld, wenn ich mir eigentlich lausche, Junge. So, habe ich noch ein bisschen... Sarkam hat jetzt wieder Knochen dazu bekommen. Okay. 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 So lang du da schön krebst schlitz ich deinen Schwanz auf. Oh Soll ich dir ein paar abbrechen? Nein, hä? Was willst du denn? Was wollen die Käfer denn von mir? Ja Soll ich dir noch weitere abbrechen? Ups Ja, jetzt macht er Schaden Jetzt ist er sauer Okay Sollte ich langsam aufpassen? Werde ich zu übermütig? Oder habe ich einfach keine Ausdauer? So Weißt du was? Hier Ich will den Knochen weg Ich kack dir den Knochen ab Ah, verfehlt Ja Schon wieder Ah, hat er wieder keine Knochen, ne? Oh Ich dachte, er geht runter Bin außer Reichweite, ne? Hier halt einfach runterrollt Ich Will dir ein bisschen Schaden verpassen Und Geschafft Und Äh Sieht ja einen großen Gira aus Okay Wir haben wieder das falsche Monster getötet Gut Fängt ja gut an Hier Wir töten einfach immer die falschen Monster Ich brauche hier nur Wirst du mich verarschen? Ja, Kim Vielleicht braucht man die Teile irgendwann Ja, komm Ja, komm Sichte einen großen Irgendwas Ah ja Ah ja Stimmt Aber Ich glaube Wir lassen es diesmal In dieser Folge Mittendrin Sorry Es geht gleich im Anschluss Weiter In der nächsten Folge Vielen Dank Vielen Dank Dass ihr zugesehen habt Ah Komm Und lass ein Like da Und ein Abo Würde mich freuen Und dann sehen wir uns Ja, ja Ciao Mach ich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal